ok so beheizt der kriegt von unten strom jetzt habe ich überlegt ich habe doch hier vorne das ding ich müsste doch nur die möglichkeit geben hier denn hinzukommen so dass er vielleicht den solarpanel woanders den packen jetzt auch schon strom das ist super vielleicht den hier packen wir den denn hin ok kann man ja mal machen dich vielleicht ich denke ich dahinter aber wenn das schon da ist ist doch eigentlich super ein bisschen arbeitsspannen also war dann lasse ich schon mal die bienen da hinten rein damit ich gleich den ganzen kutsche aussammeln kann den jetzt nicht ich hasse blumen hat er geht hier rein ok naja guck mal kommt da ist mein kat schon wieder an hinterher muss ich da ist okay ist da moment da ist jetzt gerade nicht ein tintenfisch drin oder da ist ein tintenfisch drin ok kann man ja mal machen na gut was machen wir denn jetzt da soll ich jetzt die kabel nutzen dafür rein und raus will ich jetzt nicht unbedingt machen oder ich habe mir noch eine kleine 25er bank was ja auch ein bisschen viel ok das so funktioniert dass wir machen hier ins hört dann packen wir schon mal das drauf und sagen hier extract der füllt sich jetzt extrem schnell auf ok machen dann einfach hier wieder zu damit wir vielleicht noch so ein außenpanel haben was auf jeden fall mit sonnenenergie läuft hierbei fahrt genau die fallen jetzt immer hier runter und füllen sich jetzt nach und nach auch wenn sie genug material haben hier ist jetzt ein bisschen back drin aber es wird sich jetzt nach und nach in den dingern auf mal schauen jetzt müssten sie auch produzieren wieder das heißt es produziert alles jetzt allgemein wieder hier vorne genau hier auch hier ist jetzt kein öl drin das pumpt jetzt da hinten rein honig ist natürlich klar ist noch drin aber dafür pumpt er den rest jetzt weg ok jetzt müssen wir noch den automatisieren für den moment ach du Mist äh komm ich da jetzt hier runter so ist komm ich ganz ok äh ja warte mal tschüss ich nehme euch gleich wieder auf zack jetzt brauche ich nur eine jetzt brauche ich jetzt mit die Items und die Chest so damit ich auf jeden fall sagen kann ok das ist da äh das ist da äh äh was brauchen wir denn warm warm aber wir können doch ja was brauchen die denn für äh flowers er hat flowers sind doch zu kalt hier äh oder muss ich wetter steht jetzt nicht dabei was die brauchen kalt brauche ich auch nicht bei uns zweiten eventuell dass er vielleicht noch wärmer braucht normalerweise reicht das vollkommen aus er braucht flowers er hat er ja the flowers oder ist ihm wirklich viel zu kalt an der stelle ähm was haben wir denn hier hier ist auch noch tiger da ist tiger 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 hier ist planes muss ich mir das jetzt von dem angucken hier was der moment wir zutieren jetzt erstmal vielleicht die honey kommst du rein extract ich kann ich kann das teil hier nicht hinsetzen das muss erst mal dahin der kommt dahin das heißt ich kann dann wirklich im entweg das hier hinpacken denn hier muss ich der insert mit karte bestimmt da waren die drops so jetzt kommt hier auch insert mit karte einmal die und einmal die 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 coms kommen hier rein ich weiß noch nicht was so und der ich verstehe nicht warum der jetzt nicht arbeiten will willst du kannst du jetzt so arbeiten oder nicht ich möchte ich gar nicht beheizen okay ich lasse es mal ich brauche was irgendwann doch nochmal Hm, da muss ich den aber auslaufen lassen, damit ich die Königin, wohl schäfte das auch ohne, ich glaube schon, zur Not gehe ich hier nochmal dran, ich mache es jetzt erstmal zu, zack, den Rest kriege ich dir schon geregelt, schauen wir hier, da haben wir alles, na das funktioniert ja. Dann ist es doch nicht so schlimm, wie ich es jetzt gedacht habe, das läuft, das ist, da, 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 alles klar, lassen wir mal so, so habe ich sie, die Bienen rausgenommen, ich bin heute vergesslich, vergesslich, nein, ich musste ja, einmal auslaufen lassen, und ich auf jeden Fall weiß, welche Bienen zu was gehören. Dann wird hier umgewandelt, da ist die Kohle, in, mit den ganzen Zeugen umgehabt, mit Gravel, dann soll es eigentlich funktionieren. Schauen wir nochmal hier drüben. Ja, gut, dass ihr nicht viel produziert, ist klar, da ich euch ja nicht automatisch laufen lasse, weil ich das eigentlich auch machen könnte. Weiß gar nicht, was kriegt man denn hier raus? Also, Water Blob, also eigentlich Müll. Die produzieren eigentlich nur Müll. Die produzieren nur Müll. Ja, Honig habe ich eh genug. Und solange die Müll produzieren, kriegen wir mehr Scrapboxen. Das hängt ganz gut. Bestimmt, hier habe ich ja noch das rein. Ah, der heizt jetzt mit dem Quatsch auf. Er wird leider auch, okay. Kleine Sensebox, das ist ganz human dafür. Hätte ich das denn hier ausgeschaltet? Also, ich komme ja dran, das heißt, ich könnte eigentlich das heißt, mit Disablen und alles hier reinbringen. Insert ist er ja. Pfeiler gehen nach oben, Insert. Was er in dem Fall optimal wäre. Strom sieht gut aus, super. So, noch schauen, dass er jetzt alles so langsam möglich am Laufen bekommen. Okay, es ist weniger geworden. Wie viel, weiß ich nicht. Also, es wird auf jeden Fall weniger. Aber nicht so stark. Das kann weg. So, Baubeutel. Die Filter noch raus. Wir können es jetzt erst mal so laufen lassen. Wie es jetzt erst mal ist. Wird dann jetzt nicht gerne Jetzt habe ich den auf dem Plan. Bahnstrecke. Können wir abhaken. Jetzt habe ich das noch nicht so fertig gemacht, dass ich es abhaken könnte. Ich habe ja nur heute die drei Sachen markiert. Erstmal. Wenn ich jetzt noch... Was machen wir? Das können wir denn noch machen. Wir könnten den Windpark machen. Bis dahin. Okay.